Herzlich willkommen bei der Ruhräule, einem Podcast mit Gästen aus Fröndenberg, mit Rebecca und Sebe. Jetzt kommt die Folge mit Stefan Fobbe. Stefan Fobbe, Tischtennissportler, Gemeinschaft, Sportverein. Präzise gesagt, Gesamtschulsportverein. Genau, da ist er der erste Vorsitzende. Und nicht nur da. Er ist außerdem der Vorsitzende des Stadtsportverbandes. Und auf seine Art ist Stefan eine echte Sportskanone, auch wenn er zum aktiven Sport machen gar nicht mehr so oft kommt. Genau, jetzt kommen noch mal ein paar Infos zu Stefan Fobbe. Stefan ist 56 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie auf dem Mühlenberg. Sein Abi hat er an der Gesamtschule gemacht und er ist dann erstmal als Energieelektroniker in Bergbauernhamm gelandet. Seit Anfang der 2000er arbeitet er als Betriebselektriker in Menden. In seiner Freizeit hört er gerne Musik und hat mit Achim Krämer und Micha Wulff Grüße gehen raus Das krasse Konzert The Wall von Pink Floyd in Berlin gesehen. Von denen er übrigens heute auch ein T-Shirt anhatte, schaut mal bei Insta. Genau. Dann können wir ja jetzt Anfang 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 Und ab geht's. Bei mir sitzt Stefan Fobbe, Chef des Sports in Fröndenberg. Und Stefan, die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Wenn es Olympische Spiele irgendwie im Ruhrgebiet gäbe, welche Sportart könnte gut in Fröndenberg ausgetragen werden? Ja, welche Sportart? Es sind natürlich große Hallen oder Flächen notwendig. Fröndenberg ist mit Sicherheit für Radsport. Sehr bekannt die Eule als markantes Radsport, als bekannte Radsportstrecke ist natürlich auf jeden Fall dabei. Groß Groß ist auch Reiten. Stimmt. Da gibt es auch einiges. Aber ich glaube, die Fröndenberger sind für jede Sportart sehr offen. Und deswegen glaube ich, man müsste irgendwas bauen. Und dann könnte es auch in Fröndenberg stattfinden. Wobei ich nicht unbedingt eine Riesenhalle oder eine Riesensportstätte unbedingt in Fröndenberg haben möchte, wo es so schön eigentlich ist. Also so ein Riesenstadion, Betonklotz oder Riesenhalle für, weiß ich nicht, 10.000 Zuschauern wäre nicht Fröndenberg. Würdest du sagen, dass in Fröndenberg besonders viele verschiedene Sportarten austragbar sind oder gemacht werden? Ja, also Fröndenberg ist von Ost nach West, von Süd nach Nord sehr vielfältig an Sport. Wir haben ganz, ganz viele Sportarten in Fröndenberg. Einige Fußball halt auch mehrfach. Aber sonst decken wir, glaube ich, so ziemlich das gesamte Sportfeld fast ab. Gibt es eine Sportart dabei, die besonders originell daherkommt irgendwie? Irgendwas, was man jetzt nicht erwarten würde? Was jetzt sehr originell ist, es hat sich ein Buhl-Verein jetzt ganz frisch neu gegründet und die spielen unten an der Kettenschmiede Buhl. In Frankreich Nationalsport, in Deutschland noch nicht so bekannt. Aber ich finde es schön, dass auch so eine Sportart jetzt da ist. Wir haben im Gesamtschulsportverein Darts, Steel Darts als Mannschaftssportart. Voll trendy im Moment, ne? Ja, das sieht man ja anhand der Fernsehübertragung, was dort auf den Kanälen alles läuft und wie viele Sendungen dort übertragen werden. Du hast gerade schon gesagt, Gesamtschulsportverein, da bist du erster Vorsitzender. Ja, da bin ich seit, glaube ich, 2018 erster Vorsitzender und der Nachfolger von Rudolf Sporthoff. Und was hat der mit der Gesamtschule zu tun, außer dem Namen? Der Verein wurde 1972 gegründet und die meisten Gründungsmitglieder waren halt Sportlehrer der Gesamtschule und man wollte dort halt einen Verein gründen, der neue Sportarten in Fröndenberg einführt. Und zwar wollte man nicht in eine Konkurrenz zu Tourenvereinen oder Fußballvereinen oder Handballvereinen gehen, die es schon in Fröndenberg gab, sondern man suchte andere Sportarten und dort sind viele Hallensportarten halt involviert. Hatte die Gründung was mit den Olympischen Spielen damals zu tun? Nein, ich glaube nicht. Also das lag einfach an den handelnden Personen damals hier in Fröndenberg. Einer derjenigen, der Gründungsmitglied ist, ist Helmut Krämer. Ah ja, ja, ja. Den Frömernern, die vielleicht hier zuhören, bekannt. Okay, und ist das, was die an Sport betreiben oder was ihr betreibt im Gesamtschulsportverein, ist das auch ausschließlich an der Gesamtschule? Nein, die ersten Sachen fanden natürlich alle in der Gesamtschule statt. Mittlerweile wird die Gemeinschaftsgrundschule, die Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule genutzt. Wir haben eine Tennisabteilung, die unten im Himmelmannpark die Tennisplätze hat. In unserem Vereinsheim dort findet Darts jetzt statt. Also es ist ein bisschen auch außerhalb der Gesamtschule gegangen, aber eigentlich die meisten Zeiten sind in der Gesamtschule oder in der Gemeinschaftsgrundschule. Ich finde das so krass, weil man, ich war ja auch mal Schüler der Gesamtschule, wenn man sich der nähert, dann sieht man ja auch diesen riesen Käfig, also diese Sportanlage vor der Schule. Ich kann mich aber kaum erinnern, dass da mal Leute Sport drauf machen. Oh doch, das ist jetzt mittlerweile ist das Multifunktionsfeld. Im Sommer, also die Schule benutzt dieses Feld sehr regelmäßig und wir vom Verein, von den Basketballern, die gehen dort gerne auch mal drauf im Sommer, wenn es halt einfach in der Halle viel zu stickig ist. Und da sind Basketballkörbe, ist eine Korbanlage. Ansonsten halt Tischtennis oder auch Badminton bietet sich jetzt nicht unbedingt im Freien so an, während unsere Volleyballer gerne zum Beachvolleyball unten ins Freibad auch gehen. Okay, jetzt haben wir schon einige Sportarten gehört. Wie viele Sportarten bietet ihr an? Wie viele Mitglieder habt ihr? Also Sportarten, da hätte ich mal vorher zählen müssen. Keine Ahnung. Eher 10 oder eher 30? Nee, also insgesamt fangen wir mal an. Was machen wir als Wettkampf? Da haben wir halt Badminton, Basketball, wir haben Volleyball, wir haben Tischtennis, Tennis, Darts. Tja, jetzt habe ich mit Sicherheit irgendwas vergessen. Das sind halt unsere Wettkampfsportarten im Endeffekt und dann gibt es natürlich auch noch das große Feld des Breitensports. Wettkampfsportarten heißt, die Leute, die daran teilnehmen, gehen auch zu Turnieren und so weiter? Meisterschaftsspiele finden dort statt, Meisterschaftsrunden. Einige fahren natürlich auch mal zu irgendwelchen Turnieren hin, aber das ist dann Meisterschaftsspiele im Aufkreisebene, Bezirk oder Landesebene. Und die einzelnen Bereiche, ist das immer eine Mannschaft oder gibt es da auch so, sagen wir mal, Alterskohorten? Ja, natürlich, Altersgruppen ganz normal, wie das so üblich ist. Und dann wir eben bei der Tischtennisabteilung haben wir halt fünf Herrenmannschaften, eine Damenmannschaft. Wir haben mittlerweile wieder mehrere Nachwuchsmannschaften. Auch beim Basketball gibt es halt auch die Herrenmannschaft, eine Damenmannschaft. Auch Nachwuchs gibt es dort beim Volleyball. Die haben, glaube ich, insgesamt drei Mannschaften. Die spielen aber als Mixmannschaft dort. Also das ist immer völlig unterschiedlich, je nachdem, in welcher Verband man drin ist. Okay, ich habe dich vorhin ein bisschen beim Zählen irgendwie unterbrochen. Du wurdest im Breitensport, glaube ich. Ja, Breitensport fängt an von Mutter-Kind-Touren. Schon eigentlich eine ganz wichtige Sache und wird auch dementsprechend viel genutzt und wird auch viel bei anderen Vereinen genutzt, die auch so ein Angebot anbieten, Mutter-Kind-Touren. Oder eigentlich ist es ja falsch, nicht Mutter-Kind, sondern Eltern-Kind. Denn mittlerweile sind auch einige Väter mit dabei, die gerne mit ihrem Kind dorthin gehen. Also das hat sich auch mit Sicherheit über die Jahre sehr gewandelt. So, und dann geht es langsam in den Altersklassen hoch. Irgendwann geht es dann von dem Turnen, von dem Spielerischen mit dem Ball oder so in die einzelnen Abteilungen hinein, wo man dann die verschiedenen Sportarten entweder als Mannschaft oder nur als Hobbyspieler macht. Und irgendwann gibt es dann auch noch andere Abteilungen, Frauensport, das ist dann hinterher für das etwas gesetztere Alter. Wobei wir haben auch im Breitensport Aerobic oder Bodyforming. Das ist also doch nicht ganz so einfach. Also da muss man schon richtig fit sein, um da auch mitzumachen. Das tut man immer so ein bisschen ab, so nach dem Motto, ja, da machen welche Aerobic oder Bodyforming oder solche Sachen. Und wenn man da mal mitgemacht hat, dann weiß man hinterher, was man getan hat und was sie leisten. Du hast es natürlich alles getestet mal. Aerobic habe ich damals tatsächlich getestet, zur Abiturzeit. Da kam das so auch auf dementsprechend. Und da haben wir uns einfach mal auch hingestellt und mitgemacht. Und ja, hinterher auf dem Zahnfleisch aus der Halle rausgekrochen, während die Frauen, die dort immer noch weiter ihre Bewegung machten, noch relativ fit wirkten. Also es ist was ganz anderes, als ich damals mit Tischtennis oder Basketball gemacht habe. Krass, jetzt muss ich an das Call-on-me-Video denken. Sehr schön. Cool. Und du hast voll den Überblick, merke ich hier, über die ganzen Sachen. Das ist krass. Wie viele Leute sind da aktiv? Also insgesamt im Verein, da haben wir so 920, 930 Mitglieder. So, es schwankt ein wenig. Aktive Mitglieder heißt das? Nein, auch passive. Aktiv, passiv. Da muss man halt immer schauen. Und wie sozialverträglich ist der Beitrag, den man da leisten muss? Ach, wir haben jetzt schon über die letzten Jahre keine Beitragserhöhungen mehr gehabt. Für Wettkampfsportarten als Single, sage ich jetzt mal, erwachsen sind wir bei 10 Euro. Im Monat. Im Monat. Und wenn man nur irgendetwas macht, was halt nicht im Wettkampf ist, dann ist der Beitrag erheblich niedriger. Da sind wir bei 7 Euro für den Erwachsenen. Für spezielle Sachen wie Aerobik oder auch Tennis gibt es Zusatzbeiträge. Und Familien, die halt mit der ganzen Familie bei uns im Verein sind, gibt es einen Familienmitgliedsbeitrag, der ist 15 Euro. Und da der große Vorteil ist, man kann alles ausprobieren. Wenn man Mitglied im GSV ist, hat man die Möglichkeit, alle Sportarten auszuprobieren. Ich kann als Kind anfangen beim Badminton, dann vielleicht Basketball entdecken und dann hinterher beim Volleyball enden oder irgend sowas, je nachdem. Also, das ist halt dann so. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich das in Fröndenberg sehe, denn so vom Überblick her haben wir alle in Fröndenberg recht moderate Mitgliedsbeiträge im Sport. Ja, sehr cool. Das ist auch wichtig, glaube ich, für die Akzeptanz. Ja, man muss da immer gucken, dass man keine Elite oder irgend sowas nur hat oder nur Leute, die sich einen Sport leisten können. Denn Sport macht ja eigentlich die Vielfältigkeit aus. Und deswegen ist es wichtig, das Angebot so günstig zu machen, wie es einfach nur möglich ist. Und beim Verein gibt es halt nun mal auch keine Gewinnerzielabsicht. Klar. Und habt ihr noch andere Einnahmequellen? Ja, es gibt kleinere Einnahmequellen, wie ein bisschen Bannerwerbung beim Tennis. Es gibt natürlich auch Sponsoren, die mal einen Trikotsatz oder sowas auch sponsoren. Das haben wir schon. Aber wir haben jetzt keinen großen Finanzier hinter der ganzen Sache. Und das wäre auch nicht gut, weil sich von einem abhängig zu machen, ist vielleicht nicht der beste Weg. Der hilft für einen kurzen Augenblick. Aber wenn derjenige auf einmal keine Lust mehr hat und ein neues Spielzeug in Anführungsstrichen entdeckt, dann ist das Geld auch ganz schnell weg. Aber wenn ich euch jetzt google, finde ich doch bestimmt eine Kontonummer und kann euch eine Spende überweisen? Ja, natürlich. Und im Zweifelsfall einfach anschreiben, GSV, dann ist das auch möglich, jederzeit eine Spende zu machen. Sehr schön. Cool. Ja, das ist mega spannend. Wichtige Tätigkeit, wichtiger Verein, würde ich sagen, für die Breitsportwirkung. So kommt das jedenfalls rüber. Und du bist aber nicht nur da der erste Vorsitzende, sondern du bist auch der erste Vorsitzende vom Stadtsportverband, richtig? Ja, genau. Was ist das? Ja, der Stadtsportverband ist entstanden damals, ja, ursprünglich gab es mal ein Sportamt in Fröndenberg, in der Verwaltung. Mit einem Sportdezernenten oder was? Ja, irgendwie so muss das wohl auch so gewesen sein, das Sportamt. Und das ist aber damals irgendwann, ja, abgeschafft worden. Und dort wurde, soweit ich das weiß, dann der Stadtsportverband dementsprechend gegründet, um halt dem Sport weiterhin eine Stimme auch zu geben in Fröndenberg. Und Mitglieder sind halt die Sportvereine in Fröndenberg. Sind die automatisch Mitglieder oder müssen die irgendwie beitreten? Nein, sie müssen beitreten. Das ist aber so eine Struktur. Wir sind hier der Stadtsportverband. Dann gibt es in Unna den Kreissportbund. Und gleichzeitig gibt es dann in Duisburg oder Düsseldorf einen Landessportbund. Du wirst es kaum glauben, ich bin gestern wiedergekommen aus Duisburg von der Landessportschule. Das ist ja so ein Riesen, kennst du die Anlage? Ja, ich war schon mal vor langen Jahren dort, aber eigentlich damals für einen Tischtennislehrgang. Ja, krass. Okay, gut. Das heißt, es gibt ein Interesse der Vereine, damit zu werden. Also der Stadtsportverband ist ein Zusammenschluss aller Vereine, um halt in Fröndenberg den Sport zu vertreten, nach vorne zu bringen, ihnen eine Stimme zu verleihen, um Probleme gemeinschaftlich anzugehen, damit nicht jeder, ja, in Anführungsstrichen, sein eigenes Ding macht, sondern manche Dinge ist auch ganz gut, sie mal koordiniert durchzuführen, dass alle an einem Strang ziehen. Und wenn ich jetzt im Fußballverein bin, dann bin ich bei euch Mitglied und zusätzlich noch irgendwie im DFB und so? Ja gut, das ist ja dann, der Fachverband ist dann DFB und dementsprechend die Fußballvereine sind im Stadtsportbund vertreten, somit im Kreissportbund und dann auch auf der Landessportebene. Dementsprechend, das ist einfach diese Hierarchie, ist man einmal irgendwo drin, ist man sozusagen durchgehend. Okay, also da sind wir irgendwie voll auf dieser Funktionärsebene? Ja, da ist dann leider diese Ebene, das ganze Rechtliche, diese Pyramide sozusagen aufgebaut, alle Vereine unter einem Dach halt. Auch wenn dann bei großen Versammlungen die Delegierten, ja, das ist dann sehr abstrakt alles. Ich stelle mir aber vor, dass ihr dann in so riesen Turnhallen tagt und dass ihr da auf so Bänken sitzt, Sportbänken sitzt und alle im Trainingsanzug und auch vorher so Aufwärmübungen macht, bevor ihr euch dann… Wohl eher nicht, nein. Diese Delegiertenversammlungen, das sind schon, die finden dementsprechend in irgendwelchen großen Auditoren oder irgend sowas statt, Versammlungshallen. Man sitzt dort an dementsprechenden Tischen. Das kann man sich genauso vorstellen, wie wenn man ja von den Parteien von den Landes- oder Bundesversammlungen sieht. Dort sitzen die ganzen Parteimitglieder ja auch ringsherum. Oh Mann. Und ähnlich ist es auch so und eigentlich bin ich ganz froh, dass ich da so gut wie nie dran teilnehmen muss. Die einzige Sache, wo wir hingehen, ist halt auf Kreisebene und da trifft man sich halt dann im Kreishaus in Unna oder in irgendeiner anderen Location. Da ist es halt nicht so riesig. Okay. Naja, ich bin ja im kirchlichen Bereich viel unterwegs, da fangen wir meistens mit einer Andacht an. Ich fände es eigentlich cool, ihr würdet immer so traditionell mit einer Runde Rundlauf oder so anfangen. Na gut. Das wäre mal was ganz Neues. Aber ich glaube, da sind manche dort vielleicht auch schon gar nicht mehr in der Lage, sich so warm zu machen oder so. Die meisten Funktionäre oder viele Funktionäre, nicht die meisten, aber viele, sind halt auch in einem gesetzteren Alter. Spannend eigentlich, wie ich das so drüber nachdenke. Vielleicht denken wir nach dem Ollenspiegel nochmal drüber nach und da würde ich nämlich jetzt mal die Rebecca für reinbilden. Ja, jetzt kommt der Ollenspiegel für unsere Hörerinnen und Hörer, wo wir dir drei Fragen stellen, drei kurze Antworten über Fröndenberg an dich. Bist du bereit? Ja, gerne. Dann kommt die erste Frage. Das ist dein liebster Ort in Fröndenberg? Puh, sofort so eine schwere Frage. Mein liebster Ort. Eigentlich die Sporthalle. Hm, das passt. Ja, dann schon die zweite Frage. Die Sporthalle ist die, die GSL-Sporthalle. Die Gemeinschaftsgrundstuhl-Sporthalle, wo Tischtennis drin stattfindet und Tischtennis mache ich eigentlich schon seit meinem zwölften Lebensjahr. Dann die zweite Frage. Das geht so nur in Fröndenberg. Ja, es wird nicht einfacher. Das geht so nur in Fröndenberg. Da fällt mir... Vielleicht auch aus einem Verein oder... Was, was du woanders noch nie erlebt hast oder so? Was schön ist, was nicht so schön ist? Vielleicht einfach ganz so kurze Wege zu anderen handelnden Personen, dass man andere handelnden Personen aus der Politik oder auch aus dem Sport einfach mal so ansprechen kann und man einen relativ schnellen Draht zu denen hat. Ja, und dann kommen wir schon zur letzten Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du in Fröndenberg mal erlebt hast. Eine kuriose Sache. Ja, da fällt mir, was immer noch so prägnant ist, es gab damals eine Serie, Ruhr-Olympiade nannte sich das. Und da wurde im Kreis Unna diese Ruhr-Olympiade ausgeführt und in Fröndenberg gab es auch Disziplin. Und zum Beginn, im Vorfeld dieser Ruhr-Olympiade, wurde ein Fackellauf gemacht, der tatsächlich mit einer Originalfackel von den Olympischen Spielen 1972 aus München stattfand. Und wir haben dann die Fackel von Fröndenberg nach Schwerte gebracht, mit Läufern auf dem Rad und mit dem Ruderboot, mit dem Kajak bis nach Schwerte zum Ruderclub dort. Und das war eine tolle Sache, begleitet von Motorradpolizisten über den Radweg. Das sah sehr spektakulär aus. Ja, glaube ich. Vor allem eine Originalfackel, nicht schlecht. Ja, das war es dann auch schon wieder mit dem Ollenspiegel und damit zurück. Ja, danke Rebekka für diese spannende Ausgabe des Ollenspiegels. Ich bin jetzt zurück mit Stefan Vorbe alleine und nach diesem kleinen Ausflug in diese delegierten Geschichten, wo man irgendwie wahrscheinlich bis zum Bundessportpräsidenten aufsteigen kann, vielleicht sogar Europasportpräsident, und wenn du dein Sportleben aufteilst prozentual, wie viel Prozent bist du Funktionär für den Sport und wie viel Prozent bist du Sportler? Ja, also aktuell, da mir mein Knie zurzeit etwas Last macht, bin ich aktuell eher mehr Funktionär als Sportler, muss ich leider eingestehen. Sonst war es eher eigentlich umgekehrt viel mehr Sportler. Ein-, zweimal in der Woche Tischtennis trainieren, spielen, Flussmeisterschaftsspiel, das war eigentlich sonst so das Normale. Und kannst du das irgendwie in Zeiteinheiten beschreiben, was Sitzung, was Funktionär sein so bedeutet in der Woche, im Monat? Nein, das ist ganz schwer zu beschreiben. Es gibt manchmal Themen, die ploppen gerade auf und dann muss man sich um gewisse Dinge mehr kümmern. Zum Beispiel gibt es ja einmal im Jahr auch die Sportlererung, die wir für die Stadt Fröndenberg durchführen. Und natürlich im Vorfeld dieser Sportlererung gibt es natürlich etwas mehr zu organisieren. Halle mieten, gucken, die ganzen Einladungen verteilen, Rückmeldungen entgegennehmen, Urkunden drucken, ein gewisses Programm aufzubauen. Und das ist Essen bestellen, das ist dann schon mehr Aufwand und da ist es auch gut, dass wir das zu mehreren machen. Also ich bin da nicht der Alleindarsteller als Vorsitzender, sondern wir sind im Vorstand breit gefächert über ganz viele Sportvereine aus ganz Fröndenberg und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Okay, aber das hat sich für dich sehr umfangreich an. Ja, das ist dann ein so ein Slot, halt die Stadtsportlererung. Und ja, dann muss man halt gucken, was sonst halt aufploppt für ein Thema, wenn halt irgendwas Aktuelles ist. Also irgendwelche Sanierungen von Turnhallen, die dann aufkommen, wenn eine Turnhalle über längere Zeit gesperrt werden sollte. Da muss man natürlich gucken, wie können wir die Zeiten optimieren in anderen Hallen, dass nicht irgendwelche Abteilungen, Vereine ganz runterfallen. Das sind dann so andere Dinge. Okay. Und für was wird man da so geehrt, wenn man den krassesten Dartwurf mit zu den Augen gemacht hat oder Jahre der Mitgliedschaft oder herausragende Leistungen? Ja, eigentlich geht es da um die herausragenden oder guten Leistungen im Sport. Zum Beispiel, wenn man halt in den Wettkampfmannschaften den ersten Platz belegte oder am Aufstieg dementsprechend stattgefunden hat von einer Liga in die nächste Liga. Bei Einzelmeisterschaften, wenn man halt auf Bezirkswestdeutscher oder deutscher Ebene gewisse Platzierungen gemacht hat, wird man geehrt. Das sind halt so die verschiedensten Dinge, die dann stattfinden. Genauso werden auch geehrt Leute, die zu einer runden Zahl das deutsche Sportabzeichen gemacht haben. Also da gibt es auch einige, die schon über 50 Mal das deutsche Sportabzeichen gemacht haben und das ist schon eine Riesenleistung. Krass. Okay, cool. Und es gibt so eine Debatte darüber, ob es, ob gerade Kinder, ob die schon, ob man Tore schon zählen soll und so, ob man die Leistung schon vergleichen soll oder ob man erstmal sagt, komm, Hauptsache in Bewegung bringen, Spaß haben, die Technik üben und so. Wie würdest du das sehen? Ist das hilfreich, sich zu messen mit anderen Sportlerinnen und Sportlern oder wäre es auch gut erstmal? Nein, also ich finde schon, dass das Messen mit anderen Sportlern schon eine gewisse Wichtigkeit hat, aber auch, es darf nicht dem alles untergeordnet werden. Nicht zu viel Ehrgeiz. Ja, ich glaube, da ist eine gesunde Balance am wichtigsten. Man muss Spaß haben, man muss die Kinder machen lassen, was sie wollen und wie sie es wollen, natürlich innerhalb einer gewissen Regelbreite. Aber es ist genauso wichtig, gegen andere Mannschaften zu spielen und die Tore zu zählen oder beim Tischtennis Punkte zu zählen oder Volleyball, Batman. Also ein bisschen auch darüber kommt ja der Ehrgeiz und dass man sich verbessern möchte. Man möchte dann vielleicht beim nächsten Mal gewinnen und dann ist man engagierter beim Training. Man versteht dann vielleicht auch, warum man dementsprechend trainiert, wenn man halt merkt, ja ohne Training wird man halt nicht besser und nur das Spielerische, wenn man sich mit jemandem messen möchte, muss man halt vernünftig trainieren und dann muss man auch zählen. Wenn ich nur das als Hobby machen möchte, den Sport, als einfach zur Bewegung, dann muss ich mich vielleicht nicht unbedingt mit jemand anderem messen, aber wenn ich jetzt so überlege, ich spiele mit jemandem Tischtennis, irgendwann kommt man halt dann da drauf, ja komm, jetzt Ball unterm Tisch und Punkte zählen. Okay, und jetzt im Sommer, da haben sich bei der Fußball-Europameisterschaft der Herren die Mannschaften gemessen, hier in Deutschland sogar und Paris bei den Olympischen Spielen haben sich ganz, ganz vielen Sportarten, Sportlerinnen und Sportler gemessen, haben diese Wettbewerbe, gerade wenn sie so, ja die Stimmung ja fast schon hier rüberschwappt, wie bei den Olympischen Spielen waren oder wenn sie eben im eigenen Land stattfinden, wie bei den Europameisterschaften im Fußball, der Herren hat das Auswirkungen auf den Sport, auf die Sportbegeisterung hier in Frindberg. Ja klar, das merkt man ganz deutlich, also bei Großereignissen, die halt in der Nähe stattfinden, ich meine jetzt in Deutschland oder auch im nachbarländischen, europäischen Bereich, da merkt man das sofort. Wichtig ist natürlich auch dann immer noch, dass man bestimmte bekannte Persönlichkeiten im Sport hat. Das beste Beispiel war damals Boris Becker und Steffi Graf im Tennis, die waren so erfolgreich und danach wollte jeder Tennis spielen. Genauso ist es natürlich auch nach der Fußball-Weltmeisterschaft 2014, der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, gab es einen Zuwachs wieder von Kindern, die halt auch wieder mehr Fußball spielen wollten. Solche Titel sind sehr wichtig, auch die Meisterschaften, solche Meisterschaften im eigenen Land zu haben, dass man die besuchen kann und zugucken kann. Und es trägt natürlich dazu bei, Radsport, damals die Zeit mit Jan Ullrich, Erik Zabel. Ja, die Tour de France war ein wichtiger Bestandteil und so ist das einfach, dass dementsprechend Persönlichkeiten dazu beitragen, die Meisterschaften dazu beitragen. Also, dass das auch das Ganze übertragen wird dementsprechend und breit im Fernsehen oder in den Medien überhaupt stattfindet. Wenn irgendwas nicht in den Medien stattfindet, dann nimmt auch davon kaum einer Notiz. Dann gibt es halt nur ein paar Fachleute, die sich das angucken. Die Nerds dann. Ja, genau, die hat man dann da vor Ort, aber große Meisterschaften finde ich unwahrscheinlich wichtig und wie diese auch dementsprechend übertragen wird, hat man jetzt ja bei den Olympischen Spielen gesehen und auch jetzt im Nachgang bei den Paralympics, wie die auch im Fernsehen präsentiert worden sind. Und das hat doch auch viel gebracht und auch die ganze Berichterstattung drumherum, um die Paralympics, um Barrierefreiheit und solche Sachen, hat, ich finde, auch dem Sport dort sehr viel gebracht und auch der Gesellschaft, glaube ich. Seit dem 3x3-Basketball-Finale der Frauen überlegen wir im Ruheule-Team, ob wir eine 3x3-Basketballmannschaft runden. Wir haben sogar einen Schiedsrichter unter uns, der die klassischen Basketballregeln sehr gut beherrscht. Na, Peter? Ja, okay. Und gab es denn dieses Jahr konkrete Auswirkungen? Also gab es irgendwie einen kleinen Run oder so? Haben sich Leute neu angemeldet für irgendwas? Das ist meistens nicht direkt so danach zu sehen. Also ich höre es auch jetzt noch nicht, aber die Fußballvereine werden sehr wahrscheinlich unter Umständen davon dann demnächst berichten, dass wieder mehr Kinder zu ihnen hingekommen sind, bei den Minikickern oder so auch. Und man sieht das dann erst danach, wenn dann halt wieder mehr Mannschaften gebildet werden können. Dann merkt man, oh ja, da sind jetzt wieder Kinder dazugekommen, die auch dabei bleiben. Es gibt natürlich auch viele, die sowas mal ausprobieren, weil die Freunde gehen dahin. Dann probiert man das kurz aus und lässt es dann doch wieder sein. Also das Nachhaltige sieht man dann so nach einem Jahr vielleicht. Okay. Wollen wir mal gucken. Dann können wir ja in einem Jahr nochmal sprechen. Was glaubst du, was Olympische Spiele in Deutschland vielleicht sogar hier im Ruhrgebiet bedeuten würden? Also das wäre doch schon eine Riesenveranstaltung. Im Ruhrgebiet, wenn ich mir so überlege, das Ruhrgebiet mit seinen ganzen Sportstätten wäre mit Sicherheit ein sehr guter Gastgeber für Olympische Spiele. Und man muss ja auch eins sehen, so wie es in Paris jetzt stattgefunden hat, alles in der Stadt, so ähnlich könnte es auch im Ruhrgebiet stattfinden, dass man halt das gesamte Ruhrgebiet als eine große Sportstätte hat, wo halt ein Großteil der Stadien ist ja schon da. Wir haben mit die modernsten Fußballarenen. Wir haben auch andere moderne Stadien. Wir haben moderne Hallen für irgendwelche anderen Meisterschaften. Ich glaube, Olympia im Ruhrgebiet wäre sehr nachhaltig und auch nicht so monströs an Kosten, wie es ja in anderen Ländern aufgetischt wird. Und wäre mal ein Zeichen, dass man das nicht an eine Stadt gibt, sondern an so eine Region. Ja, das wäre dann auch noch zusätzlich so. Und ich glaube, es würde für die Region auch dann trotzdem noch sehr viel bringen, auch wenn schon ganz viele Sportveranstaltungen ja im Ruhrgebiet stattfinden. Wenn man jedes Wochenende Bundesliga alleine sieht beim Fußball, wie viele tausend Leute da unterwegs sind. Allerdings sehe ich kein leichtathletisches Stadion. Im Ruhrgebiet nicht, im Rheinland nicht. Ja, das wäre zum Beispiel eine Sache, die man halt dann mal wieder angehen müsste. Und Leichtathletik ist so ein bisschen unter dem Radar. Mittlerweile, das war mal anders. Vielleicht muss man wieder da hinkommen. Da gibt es halt einige Standorte in Deutschland, leichtathletikmäßig, die gut sind. Aber in Deutschland gibt es nicht mehr die riesen Leichtathletikstadien, wie es sie mal gab. Wir haben noch das Münchner Olympiastadion, das Berliner Olympiastadion auch. Ich weiß nicht, was noch in Hamburg das alte Volksparkstadion, was da noch möglich ist an Sport. Das ist alles nicht so richtig Ruhrgebiet, ne? Nein, das ist alles drumherum. Im Ruhrgebiet gibt es halt die Multifunktionsarenen für Fußball. Die Fußballtempel, in Anführungsstrichen. Und beim Fußball ist es halt wichtig, man will die Fans direkt am Spielfeldrand mit dabei haben. Und da ist eine breite Laufbahn und ein Riesenstadion halt nicht so für die Atmosphäre beitragend. Ja, man muss ja auch irgendwo diese Eröffnungsfeier machen, wo es dann die Skandale gibt und so. Aber in Paris war doch die Eröffnungsfeier mitten in Paris. Mehr oder weniger fast unterm Eiffelturm. Also man könnte es auch so eine Veranstaltung auch im Ruhrgebiet, quer durchs Ruhrgebiet machen oder wie auch immer. Also da gibt es mit Sicherheit wunderschöne Orte im Ruhrgebiet, wo so etwas stattfinden könnte. Also man hat gesehen, man braucht kein Stadion für eine Eröffnungs- oder für eine Abschlussfeier. Okay, das ist gut. Also bitte macht keinen Faktencheck. Aber ich meine, ich hätte mal gehört, dass das größte Stadion mit einer Laufbahn in NRW in Mahl ist. Und die Olympischen Spiele in Mahl zu eröffnen, kann ich mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen. Aber wäre auch mal was. Okay, gut. Lass uns nochmal ganz kurz wieder vom großen Sport in den kleinen Frennberger Sport zurückkommen. Wenn du die Wahl hättest, welche Sportart würdest du gerne noch sehen in Frennberg oder Sportart hin vor mir aus auch? Ach, das ist jetzt wieder eine schwierige Frage, welche Sportart man gerne sehen würde. Ich finde... Football. Ja, Football ist auch so eine Trendsportart, die durch das Mediale größer geworden ist. Das sieht man an den Zuströmen zu, wenn die NFL nach Deutschland kommt und die Deutschlandspiele macht in München und in Frankfurt. Die Stadien sind innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft. Da gibt es schon Möglichkeiten. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt... So eine Sportart muss in einer Stadt wachsen. Also in Amerika wird so ein Team einfach hin und her verkauft. Das wechselt von der einen zur anderen Stadt. Und dann sagt der Sherman, dem das Ganze gehört, jetzt sind wir halt in Boston oder jetzt sind wir in Las Vegas und fertig aus. Das würde in Deutschland so nicht funktionieren. In Deutschland muss so eine Sportart irgendwie wachsen. Und so müsste auch eine Sportart in Frennberg wachsen. Okay, ich ziehe den Football zurück. Siehst du irgendwas in der Entstehung oder hättest du irgendwie Bock auf was oder so? Ne, so jetzt auf Anhieb weiß ich da gar nichts. Also ich fand es gut, dass sich damals Darts gebildet hat. Jetzt haben wir Buhl. Mal gucken, was sonst als Trendsportarten auf einmal kommt oder was eine Renaissance wieder erweckt. Wir werden sehen, wenn sich halt einige Sportverrückte zusammenschließen und einen Verein gründen, ist das die erste Keimzelle. Und dann findet man noch mehr und dann hat man irgendwann den Verein. Sagt Stefan Vobbe, Vorsitzender des Gesamtspulsportvereins und Vorsitzender des Stadtsportverbandes in Frennberg. Vielen Dank für das Gespräch. Und irgendwie fühle ich eine gewisse Ermutigung, die durch diese Ruheulen-Episode gewabert ist. Wer irgendwie Sport machen möchte, vielleicht auch was Neues, wendet sich an die entsprechenden Vereine und legt einfach los. Ja, so muss man es machen. Sich zusammenschließen und gucken, wie kann man den Sport austragen, wo kann man ihn austragen und wer kann einem helfen. Und das ist das Entscheidende. Und dann geht es los und man muss Spaß haben. Das ist das Wichtigste. Und wenn man Spaß bei der Sache hat, dann lebt der Sport auch oder die Sportart weiter. Und dann muss man halt nur noch Leute finden, die Ehrenamtsarbeit auch machen. Ein herausragendes Schlusswort. Vielen Dank. Danke schön. Ich sag ja Sportskanone. Wie meinst du das? Naja, der bewegt hier schon ganz schön viel in Frennberg für den Sport. Das muss man erstmal alles so hinbekommen. Das stimmt. Der hat ja auch deutlich gesagt, wie viel Zeit dafür drauf geht. Ja, voll krass. Aber irgendwann muss man es irgendwie machen. Ja, genau. Und ich bin aber auch noch ein bisschen enttäuscht, dass es bei diesen Großversammlungen der Super-Mega-Sportverbünde und Verbände keinen Riesengruppenrundlauf gibt. Das wäre schon ein cooles Bild. Auf jeden Fall. Eigentlich könnte der GSV das ja mal auf seiner Mitgliederversammlung machen. Du meinst über 900 Menschen. Übrigens voll krass, wie viel das sind. Das sind ungefähr 5% der Menschen hier in Frennberg. Also jedenfalls über 900 Menschen machen Riesengruppenrundlauf. Warum nicht? Okay, top. Die Wette gilt. Okay, das war's mit der heutigen Folge, in der vielleicht ein Fingerzeig auf einen Guinness World Record Versuch im Riesengruppenrundlauf gelegt wurde. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite roheule.de vorbei und lasst uns gerne auch Feedback da. Ich sag mal, ciao for now. Ich sag mal, ciao.